Hallo, meine Namen. Also das Wort Ochsenkopf gibt es ja auf der ganzen Welt. Ich bin überall vertreten. Ich wollte daher wissen, wie ich in anderen Sprachen der Welt heiße und habe mich umgehört. Ochsenkopf auf Amharisch, einer Sprache Äthiopiens. Ich komme aus China. Ochsenkopf heißt auf Chinesisch Gung Nio Tau. Ochsenkopf auf Thailändisch heißt Ochsenkopf in Spanisch ist Ochsenkopf in Englisch heißt Ochshed. Ochsenkopf in Französisch heißt Ich danke euch für die Übersetzungen. Das stillt meinen Wissensdurst und Bildungshunger.